Ja, wenigstens nicht mehr der ganze kommt von Lohen. Oh, ich muss mal die Hadesarmee abdämmen. Und den anderen Staff. Das hätt ich doch ein bisschen besser lösen können. Hui, hui. Fliegt und siegt. Was soll, Leute? Ich will jetzt auch mal was machen. Oh, f*** durch. All right. Oh, da bist du ja schon wieder hoch. Ja, ja. Boop. das war ganz schön knapp ja noch eine gruppe alter wie viel was soll denn so was das verstehe ich einfach nicht das ist ja wohl ein witz ja 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 Das ist halt nicht so, dass ich je mehr ich auf dem Sack kriege, je mehr Rage bekomme. Sollte ich den Rage-Kram doch relativ am Anfang benutzen, ja? Jawohl, stütz dich direkt wieder da unten. Sollte ich den Rage-Kram doch relativ. 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 Sollte ich den Rage-Kram doch auch nicht kregen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaub's nicht, ich hab's wirklich geschafft. Aber du kannst sie niemals wieder! Du kannst sie nicht schützen, Kratos. Du hast sie in deinem Reise für das Ziel. Es gibt einen Preis für alles, was du erhalten. Nicht diesen Preis. Ich wollte sie nicht sterben. Kein Preis ist zu hoch für was ich, und du mich verletzt. Oh Gott! Jetzt, du hast keine Macht, keine Magik. Alles, was für dich ist, ist Todes. Oh, nicht... nicht wieder. Du solltest mich befreit, Kratos. Du solltest mich stärker sein. You're the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. Yeah! Ich habe immer noch die Olimpikationen in den Olimpikationen. Jetzt werden Sie sehen, wie stark ich bin. Ach, die Sachen kann man nicht mal blocken. Wie lame ist das denn? Aua! Ja, dude! Na ja, komm. Oh, das war glaube ich nicht so gut. Wie geil ist das denn? Also, wenn er mich trifft, saugt er sich voll. Das ist ja nice. Ha, ich bin schon wieder fast dreiviertel Leben. Cool, fast voll. Ja gut, er ist voll, wenn ich tot bin. Ah, bei mir ist das auch so. Okay. Okay, blocken ist wohl echt nicht drin. Bei manchen Sachen. Oh Gott, danke. Das ist für mich. Jetzt werden Sie wirklich testen. Du musst dich noch nicht probieren. Du musst bestimmt haben, ja Kratos. Goodbye, Spartan. Das war's für heute. Ja, Mann, ja, Mann! Alter, was hat mir geblüht! Leg mich am Arsch, ey. Jawoll, genau das hat er verdient. Nichts anderes. Warum hältst du hier nicht in der Mitte durch? Ist ja langweilig. Kratos hat mir nicht gemacht. Ein Mörter, die die Gott verabschiedet hat. Ares war nicht mehr. Die Stadt hat sich geholfen, und wir wiederholen können. Das Gleiche kann nicht für Kratos sein. Denn als er versucht, seine Gelegenheit zu retten, die Wahrheit zu erheben wurde. Athena hat mich aus den Erinnerungen, die mich immer noch schützt. Du hast gut gemacht, Kratos. Während wir die Todesmöhe des Bruder, die Gottes sind zu dir. Wir haben gegründet, dass deine Schöne zu forgiven werden. Und so sind sie. Aber wir haben nie gegründet, dass deine Schmerzen auszunehmen. Kein Mensch, kein Gott, kann nie vergessen, die schrecklichen Schöne du hast getan. In der Ende, zu wissen, dass seine Vergangenheit von seinem Vergangen würde, ich würde ihn nie verlassen. Kratos hat seinen Weg nach den Bluffs, über den Aegeanen See. Die Gäste von Olympus haben mich verabschiedet. Ja, und so fing alles an. Und Kratos hat sich aus dem höchsten Berg in all der Grieße. Nachdem 10 Jahre langsendes Erwartungen, 10 Jahre langsendes Erwartungen, es würde endlich kommen zu einem Ende. Die Todesmöhe wäre sein Weg von der Schmerzen. Der Geist von Kratos war nicht so wie es war. Die Gäste hatten andere Pläne. Die Gäste hat geprägt als eine Spiele. Der Geist von Kratos warst. Er hat sich aus dem Meer geblieben und auf der Erde geblieben. kratos they lead to your ultimate reward you have acquired Athena's Blades so, ob die hier noch irgendwelche Truhen versteckt haben, die Säcke? hier below you see the blooded sword you used to kill Ares, the god of war ah, sehr schön, das ist ja jetzt so ein mount olympus, jawohl, genau da gehör ich hin da ist ein speicherpunkt, what the fuck ... ... ... ... ... ... ... Habt ihr das Ding wir jetzt gelaufen? Schauen wir den hier. Wer der Insane ist, war nur so die Frage, oder? Was ist das da? Ah ja, ja, was? Genau, der komische Minotaur ist da. Hehehe, Miner! This is the throne of the God of War. Take your rightful place upon it. Auf jeden! The watchful eye of the man who had defeated the God. They were driven forward by Kratos. The mortal who had become the new... ...God of War. Hehehe. Hehehe. On one nice. You have conquered God of War. Prepare to be a God. Now attempt God-Mode. You have completed God of War. Treasures of Olympus have been unlocked. God-Mode has been unlocked. Would you like to save your progress? Ja, Siggi! Damit ich's nochmal durchspielen kann. So, liebe Leute, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, Teil 2 und 3 werden auf jeden Fall noch folgen. Ascension natürlich auch. Wobei Teil 2, bis der jetzt kommt, das wird erst ein bisschen dauern. Ähm, ich werd mich erstmal Dragon's Dogma widmen. Und die Sommerpause... ...oder das Sommerloch, was man ja eigentlich immer mal wieder hat... ...werde ich dann mit God of War 2 füllen. Ihr könnt euch jetzt noch die Credits anschauen. Und die werd ich weiterhin durchlaufen lassen. Und, ähm, ja. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und, ja, bleibt dem Kanal treu. Viel Spaß noch bei dem ganzen anderen Scheiß, der hier noch so ist. Bis dann! 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 Musik 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 Mein Gott, das ist ja nicht mehr langsam gut Huh Ach komm am Arsch Ja noch ne Gruppe, alter Wie viel, was soll denn sowas Das verstehe ich einfach nicht Das ist ja wohl ein Witz Musik Ja sicher, da sind direkt wieder 10 neu gespawnt Boah, ist das lame, ey Musik 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 Mann, ist das lame Musik Ja, na klar Und nochmal von neu Boah Ja genau Und nochmal von vorne Boah 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 Okay, blocken ist wohl echt nicht dran, bei manchen Sachen. Ach, liebe Kamera, ey. Warum immer so eine Scheiße? You are dead. Ja, genau. Ja, genau. Jawohl. Einmal über das ganze Feld. Hm, vielleicht wollte ich nur die Kommas mal ausprobieren. Die sind aber scheiße, weil die irgendwie viel zu lange dauern. Aber dann will ich mal wissen, ob ich diesen... Nee, kann ich nicht. Okay, also den muss man auswählen. Hm. Mein Gott, ey. Diese, diese Bonn-Kolle. Ja, genau. Ja, genau. Hammer. Hammer. Und er wieder, jawohl. Dadurch bin ich, glaube ich, jetzt fast jedes Mal gestorben. Mal. Das gibt's doch gar nicht. Kann der denn echt nichts anderes? Jawohl, nochmal. Und nochmal. Ja, super. Und tot. Ja, klasse. Alter, ist das lame. So lange habe ich keinen Bock mehr. Ich bin ja langsam nicht mehr motiviert. Oh ja, hat man lange nicht mehr. Jetzt macht er das wieder nur noch. Ja, klasse. Ja, Mann, ja, Mann. Mann, Alter, was hat mir geblüht. Leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch, ey.